So, der nächste wird hier. Wir haben uns ja schon ein Laubes-Rekrofon gekauft. Aber gegen den haben wir keine Chance, ja? Also, ich könnte jetzt hier mal auf einen deutschen Schalter. Der 68er? Der 68er, okay, original, ja? Ich weiß selber was sagen, aber ich muss einfach mal selber ein bisschen sprechen. Wer ist mit solchen Autos beschäftigt? Der weiß natürlich, dass gerade der 48er und gerade der 68er den beliebtesten Jahrgang ist, sehr gesucht, natürlich auch sehr teuer. Und wenn man dann ein Auto in so einem Zustand hat, die gerade zum Beispiel mit dem wagenlosen Betrieb da, was mir sofort auffällt, ist dann so nicht Standard bei diesen Autos, sondern meistens sind die in der Partiegewebe ein bisschen heilig, ein bisschen rausgeschnitten. Also, da habt ihr euch natürlich schon das gemütlich. Und hier ist sehr viel nach einem Auto original. Dort, ja, mit wirklich Detail-Liebe restauriert worden, nicht überrestauriert. Das ist ein regionales MT. Das heißt, wir sind hier für Racer-Streckway, nicht zu dir erinnern. So, so geht eigentlich ein Provinch-Racer, hauptsächlich habe ich dir das gesagt, das ist nicht ein legales Straßen-Wend-Auto gewesen. Ja, super! Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Wir hören jetzt vom Lubert, das ist der Saus, die wir alle hören wollen. Ja, das wird wohl auch los sein.